Herzlich Willkommen! Heute spielen wir für Sie wieder ein bisschen Musik aus einer Oper, aus einer ganz bekannten Oper von Giuseppe Berdi, nämlich La Traviata. Diese Oper wurde 1853 Uhr in Venedig aufgeführt. Es war das allererste Mal in der Geschichte, dass eine von der Gesellschaft abgelehnte Figur die Hauptfigur ist. Dazu war es auch noch eine Frau, das ist die Violetta, die Cortisane, die am Ende auch tragisch an Tuberkulose dann stirbt. Wir spielen daraus eine Fantasie, das ist zusammengestellt von Streitung und Wenigwitz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.